Und der ist genauso wichtig. Für Licht oder für Elektronen sehen ja alle Proteine in einer Zelle gleich aus. Aber wir wissen ja schon, dass es Proteine gibt, wir wissen, dass es einen Zellkern gibt, wir wissen auch schon, dass es Mitochonien gibt, das hatten alle schon mit Elektronen, die wir so gut entdeckt. Was man aber heute wissen will, und das ist noch längst nicht verstanden, wie zum Beispiel ein bestimmtes Protein, eine bestimmte Proteinsorte, zum Beispiel wie da ein Wechsel wird, wo sie sich zu welcher Zeitpunkt befindet, wie die Proteine quasi miteinander wechseln wird, wie sie interagieren. Und um das zu verstehen, muss ich natürlich in der Lage sein, einzelne Proteinsorten selektiv hervorzugeben, zu markieren. Aber für Licht und auch für Elektronen im Übrigen sehen alle Proteinsorten gleich aus. Da ist kein Unterschied auszumachen. Aber in der Lichtmikroskopie hat man die Möglichkeit, die Proteinsorte, die eine interessiert, hervorzuziehen, sichtbar zu machen, sozusagen ähnlich zu machen, um es präzise zu formulieren. Und zwar macht man das, indem man ein fluorescentes Molekül an einem Protein, das einem interessiert, anhält. Und dieses fluorescente Molekül ist normalerweise zum Beispiel ein organisches Molekül, das man identifizieren kann, hat folgende Grundlinien ein. Es hat einen energetischen Grundzustand, hier als das Null bezeichnet, und es hat einen energetisch angeregten Zustand. Und wenn ich auf dieses fluorescente Molekül Licht einfallen lasse, zum Beispiel grünes Licht, so hat dieses fluorescente Molekül die Eigenschaft, ein Lichtteilchen, ein Proton zu absorbieren, und dann in einen höheren energetischen Zustand überzugehen. Sie sehen hier vor dem Grundzustand, in diesem höheren energetischen Zustand. Und dann wackelt hier die Atome ein bisschen, deshalb sind diese Subzustände eingezeichnet, so Wackelzustände, Vibrationszustände, und dann kommt das Molekül wieder runter, indem das ein fluorescente Proton eigentlich teils wieder ausstrahlt. Und dieses Lichtteilchen, das hier gelb eingezeichnet ist, hat eine längere Wählenänge. Und es fröhnt daher, dass ein Teil der Energie, die absorbiert worden ist, hier in den Wacken der Atome im Molekül verloren gegangen ist. Das heißt, in anderen Worten, die Farbe des Lichts, das rauskommt, ist anders als die Farbe, die rein geht. Und dadurch kann ich auch die Fluoreszenz sehr, sehr gut von dem Licht, mit dem ich die Probe bestrahle, separieren. Und das macht die Fluoreszenz-Mikroskopie unwahrscheinlich sensitiv. Ich kann also sehr genau das abgestrahlte Licht und damit auch das Protein, das einen interessiert, heraustrennen von dem Rest. Diese Sensitivität ist wirklich unglaublich gut. Man kann sogar ein einzelnes Molekül quasi feststellen, dass es da ist, sozusagen. Man kann das retektieren, weil sich so gut den Untergrund erdrückt, dass man nur die Fluoreszenz-Mikroskopie des einzelnen Moleküls sehen kann. Das ist die Sensitivität. Aber wenn jetzt ein zweites Molekül in die unmittelbare Nähe des ersten kommt, oder sogar ein drittes, oder ein viertes, oder ein fünftes, und wenn der Abstand zwischen dieser Moleküle kleiner ist als diese 200 Nanometer, als diese Grenze, die ich vorher gesagt habe, dann bin ich im Lichtmikroskop nicht mehr in der Lage, die voneinander zu trennen. Das heißt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Auflösung was anderes ist als Sensitivität. Sensitivität bedeutet, ich kann zwar sehen, dass was da heißt, aber ich kann nicht sozusagen erkennen, wenn Mehle da sind, wenn die enge beieinander sind, als diese Grenze, die ich vorhin genannt habe. Das heißt, Auflösung, bei Auflösung geht es um die Tränkfähigkeit des Mikroskops, um die Fähigkeit, zwei Moleküle auch als zwei verschiedene Moleküle zu erkennen, als ein verwaschener Teil, das bemalerweise der Fall ist. Ja, das war das Problem. Und daher können Sie sich vorstellen, dass diese Beugungsgrenze, diese Auflösungsgrenze im Lichtmikroskop, wirklich ein großes Problem darstellte. Denn wenn ich nämlich reinschauen will, in ein Lichtmikroskop, und im Flösenzmikroskop, dann habe ich natürlich das Problem, dass alles, was dichter beieinander ist, also diese 200 Nanometer, nicht mehr getrennt wahrgenommen werden kann. Das heißt, alles erscheint verwaschen und dadurch ist jede Menge Information verloren gegangen. Und damit ist klar, dass wenn es einem gelänge, diese Beugungsgrenze zu besprechen und ein Lichtmikroskop zu erfinden oder ein Flösenzmikroskop zu erfinden, das eine viel bessere Trennschärfe hat, in der Lage ist, benachbarte Strukturen voreinander zu trennen, dann wird es die Lebenswissenschaft nicht nur die fundamental voranbringen. Und das war natürlich die Aufgabe und das hat man lange Zeit gedacht, dass es keine Chance gibt. Warum? Das ist ganz einfach. Das wichtigste Element eines Mikroskops, eines Lichtmikroskops, ist das Objektiv. Das Objektiv, das hier bezeichnet und fotografiert ist, ist nichts anderes als eine Linse, wenn es vor allem ist, eine gut ausgefeilte, im wahrsten Sinne des Wortes, gut ausgefeilte Linse. Und die Rolle einer Linse am Ende des Tages ist nichts anderes, als das Licht an einem Punkt zu konzentrieren, möglichst scharf zu bilden, möglichst genau zum Beispiel auf ein bestimmtes Detail zu richten. Nun ist es aber so, und ich bin sicher, die meisten von Ihnen wissen das, die haben das wahrscheinliche Bezirke in der Sicherheit in der Schule gelernt, Licht breitet sich als Welle aus. Und dadurch, weil sich Licht als Welle ausbreitet, wird man nicht in der Lage sein, und das ist das, was man in der Schule lernt, das Licht auf einen einzigen Punkt zu bilden. Das heißt, dieses Objektiv, diese Linse, die ich hier schematisch da eingezeichnet habe, wird es nicht schaffen, das Licht an einem einzigen Punkt zu bilden. Aufgrund der Tatsache, dass sich Licht als Welle aufbaut, man sagt auch, das Licht wird gebeugt, und eine andere Umschreibung dieses Problems ist, was man hier letztendlich bekommt, ist nicht ein Punkt, also gemätscher Punkt, und bekommt hier einen Fleck, der mindestens etwa 200 Nanometer in Richtung dieser Fokal-Ebene ist, und mindestens 500 Nanometer entlang der optischen Achse. Nun, diese Zahlen ergeben sich eigentlich aus dieser Formel hier. Und zwar, diese Formel wurde von Ernst Abbe 1873 zum ersten Mal so in dieser Form aufgeschrieben. Und Ernst Abbe war auch der, ich würde sagen, wichtigste Entdecker dieser Beurigungsmeldung. Es gab mehrere Leute, die dieses Problem erkannt haben, aber Ernst Abbe war sicher nicht derjenige, der die Konsequenzen im vollen Umfang verstanden hat. Und diese Gleichung, die Sie hier sehen, die nichts anderes sagt, wie das in einem Mikroskop zwei Objekte diesen Minimalabstand D haben müssen, damit sie voneinander als getrennt wahrgenommen werden, diese Gleichung kann man de facto finden in jedem Lehrbuch der Physikoptik, auch in der Biologie, Biologie, in der enormen Bedeutung des Lichtmikroskops für das Feld. Und wie gesagt, einfach, um zwei zum Beispiel Moleküle oder Details zu finden, die weiter entfernt sind als die Wellenlänge, geteilt sich zweimal diese Zahl, das ist die sogenannte numerische Appertur des Objektivs, das ist die halbe Öffnungslinke, das ist die halbe Öffnungslinke, das ist so etwas wie zwei oder drei, das heißt, es wird nie größer werden und die Wellenlänge lang bleibt, also 600 Nanometer und da oben über die 200 Nanometer, die de facto immer die Grenze waren. Die Wellenlänge kann ich nicht beliebig lang machen, weil wenn ich vom UV lieber weiter in den röntgen Bereich oder sowas gehen würde, dann könnte ich keine lebenden Sachen da betrachten und das heißt, de facto waren diese 200 Nanometer das, was man gedacht hat, das Ende der Fallenstand sein. Und diese Form besagte ich schon, die finden Sie in jedem Lehrbuch der Physik und der Optik, Sie finden sie aber auch, nicht nur dort, sondern Sie finden sie auch, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, in einem, in Jena, wo Ernst Abel sozusagen sie erfunden hat. Aber bevor ich Ihnen das sage, wollte ich noch auf etwas hinweisen. Dieses Problem der Beugung ist radikal. Sie sehen schon, was hier passiert. Alle diese Teilchen, die sich hier befinden, werden gleichzeitig vor diesem Lichtstrahl geöffnet. Und das macht das Problem letztendlich aus. Alles hier wird gleichzeitig vor diesem Beugungsbleck erfasst, weil es das Licht nicht besser büllen kann. Das heißt, wenn ich einen Detektor hier hinstelle und das Licht wieder aufsammel wie diesem OBT, werden letztendlich alle diese Teilchen hier Licht produziert und die Linse wird natürlich auch das Licht hier fokussiert. Und weil die so eng beieinander sind, werden diese Lichtblecke, die hier erscheinen, auch aufgrund der Beugen natürlich nicht voneinander trennbar sein. Sie sehen schon, die werden hier massiv überlassen, gerade weil alle diese Teilchen hier enger beieinander sind als diese halbe Wellenlänge des Lichts. Und egal, was für Detektor ich hier hinstelle, weiß meinetwegen ein Fotodetektor so ein Fotomatikteil, das Auge oder sogar eine Kamera, keiner dieser Detektoren wird in der Lage sein, hier diese Signale von den verschiedenen Molekülen zu trennen, weil sie sich macht und gleichzeitig aufgrund der Beugen geleistet werden und gleichzeitig aufgrund der Beugen hier das Signale abgeht. Und wie gesagt,